aus der internationalen regie erfahren das ist juana die 18 jährige einer der erfahrensten auch sie kommt aus melbourne so Oh, eine schöne Dreifachschraube. Und die letzte Akrobatikbahn. Ja, Schrauben, das kann sie. Sie ist eine exzellente Bodenturnerin, die beste der australischen Mannschaft. Ja, gerade die Abschlussbahn aus diesem Doppeltemposalto und dann die Doppelschraube. Das stimmt nicht ganz so einfach. Muss man doch die Bewegung genau uptimen. Muss der Absprung stimmen, wenn man nach der Zeit nicht auf den Boden kommt und dann den Absprung verpasst, ist doch der Schwung hinüber. Auch die Angangsreihe mit diesem Tschukahara gebückt. Ein D-Element. So müssen auch die Turnerinnen versuchen, möglichst viele Schwierigkeiten mit reinzubauen, um doch einige Zusatzzehntel zur Endnote zu bekommen. Hier hat dieser Tschukahara gebückt. Und vielleicht bleibt ja auch noch ein bisschen Zeit, nach diesen Olympischen Spielen in Atlanta ein paar andere Wettbewerbe zu besuchen. Eine ihrer größten Hobbys. Fußballspiele schauen sie sich für ihr Leben gerne an. Musik hört sie gerne. Die Auswahl der Musik hat sie entscheidend mit beeinflusst für ihre Übung. Und hier nochmal, Silvio, ein toller Dreifachschraube. Ja, hat doch Maxi Genauk in den 80er Jahren diesen Sprung zur Weltspitze geführt. Diese Dreifachschraube wurde eigentlich durch sie fast kreiert. Ja, ich war jetzt auf jeden Fall. Danke. Danke. Danke.